Der Montag, der zweite richtige Trainingstar. Wir sind jetzt auf der Fahrt zum ersten Training. Das Wetter ist herrlich. Die Eiligstrecke ist mir jetzt schon schön. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich sehe es. Der Trainer ist etwas gereizt. Er ist mit uns nicht ganz zufrieden. Mit Unterfriserei sind die zufrieden. So ein Sommer auf Deutsch. Wir haben halt wieder alles wegfressen. Aber die trockene Brezeln, die wollt wieder keiner haben. Okay. Und da bremsen sie alle. Oh, Untervollbremsung. Das ist ja wahnsinnig. Live dabei. Das ist direkt mit der Leiter. Also hier ist der andere. Nee, also gleich höre ich sie. Das ist eine Weile. Das ist die Sammelsbeamte. Das ist der Wettbeamte. Das ist der Wettbeamte. Das ist der Wettbeamte. Das ist der Wettbeamte. da hoch die zwei Warte überhaupt auf uns ja Alex ist ja ganz fertig und jetzt gehen wir da hoch da rauf geht's also ich bin voll fit ich tu auch nicht stöhnen gestern wieder zu viel im Viereck nicht in Kreiseln da da haben wir den Tisch drauf wir lusten wir lusten es gibt's ja wohl nicht was ist hier für eine Einstellung unglaublich oh Gott jetzt fress mal raus hier die Kamera das soll er doch nicht machen hier wir lusten wenn die Kamera angeht ne dann schocken sie alle wieder wir passen in die Uhrzeit wir sind in die Uhrzeit gestern gell haben wir halt gleich geirrt heute ist eine ganz andere Liga wie viel Job als Liga die 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 noch die 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 Puh, ich bin Diopien jetzt voll über den Vorgelz, nur dass ich die Kollegen da filmen kann, wie sie den Anstieg hoch machen. Inakzeptabel die Leisten, inakzeptabel die Leisten, ca. 30% Streichung. Wenn die Kette rüberkommt, dann kommt der Matthias im Frühstück. Jetzt sind die Kette rüberkommt. Das muss man in Warnhof filmen, 47 Minuten. Ein Warnhof da unten. Ja, weiß ich. Schönes Barberama. So scheiße. Auf der Alm, da gibt's was hin. Da ist die Purpen. Gleich sind wir oben. Drüben machen wir dann hoch. Uwe ist heute früh schon mal hochgejoggt, um den Weg auszukundschaffen. Und jetzt klaufen wir nachher. Er sagt, da müsste überwiegend Schnee frei sein. Das war bis zum Oberschenkel war ich im Schnee, um euch zu überholen. Ich bin eine Lusche, ich geh nicht durch den Schnee. Da hat der Obst in der Hübe. Wir laufen gerade wenn durch den Schnee. Wir haben vergessen Spikes anzuziehen. Der Alex hängt da hin. Da hört jetzt der Schnee auf. Da geht's dafür jetzt wieder rein. Also, auf geht's. Matthias, auf. Ich film. Ich film. Action. Und Action bitte, Klammer 1. Es kommt nicht so gut rüber wie gedacht. Ich finansiere nicht mehr an das, dich nicht so gut rüber wie ein Handschner sein. Da sehe ich ihn. Das ist nicht so gut. Ich bin einer Okay-Klammer. Ich bin einer was. Ich bin einer Bericht. Ich bin ein,er Ken. Ich bin ein,er Ken. Und ich bin einer Fehler.